Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Es wird heute gehen um eine Vertiefung einer Methode, die wir schon vorher kennengelernt haben. Und zwar geht es um die Spiegelungsmethode oder auch Bildladungsmethode genannt. Das ist eine Methode, die wird zur Lösung von Randwertproblemen in der Elektrostatik sehr gerne eingesetzt. Vor allen Dingen dann, wenn die Brandung zwischen zwei benachbarten Materialien auf der einen Seite dann eben ein idealer Leiter ist. Es gibt aber den Fall, dass man die Spiegeladungsmethode auch anwenden will am Übergang zwischen zwei die elektrischen Materialien. Und um das zu behandeln, ist es notwendig, den Zugang zu der Methode etwas allgemeiner, etwas formaler zu machen, als wir das bisher gemacht haben. Und genau das werden wir jetzt in diesem ersten Beitrag dieser Vertiefung tun, also die formalere Herleitung. Im letzten Beitrag der Vertiefung, dem dritten, werden wir dann eben genau diese Spiegelung an der die elektrischen Grenzfläche oder an der Grenzfläche zwischen zwei die elektrischen Materialien betrachten. Und dazwischen haben wir einen Beitrag, wo wir eine ganze Reihe von Beispielen uns mal anschauen werden, wo wir Probleme betrachten. Auf der einen Seite die elektrikum, auf der anderen Seite metallische Begrenzung, Probleme betrachten, die wir auch vorher schon gelöst haben. Und das Ganze dient ein bisschen daran, dazu, dass Sie diesen Formalismus nochmal etwas einüben können, bevor wir dann eben im dritten Teil zur Spiegelung an der die elektrischen Grenzfläche kommen. Gut, lassen Sie uns einfach beginnen. Hier ist nochmal der Verweis darauf, wo Sie die Materialien finden für den klassischen Zugang zur Spiegelungsmethode. Das hatten wir also im Beitrag Elektrostatik 5 gemacht. Und ja, wie gesagt, dabei war die Beschränkung auf ideal leitende Ränder. Das ist das, was wir gleich auch als erstes erst nochmal beibehalten wollen, aber immer im Hinterkopf behalten, dass wir das verallgemeinern wollen. Und diese Zielstellung der Erweiterung, das ist eben gerade eben die Grenze zwischen zwei die elektrischen Materialien. Und dafür müssen wir es eben etwas formaler angehen. Schauen wir uns also zuerst mal das Grundproblem an. Das Grundproblem ist eben, wir haben zwei Volumina. Volumen 1 ist das Volumen, in dem wir das Problem auch lösen wollen. Und Volumen 2 ist ein anderes Material, in dem uns die Lösung jetzt aber zunächst mal nicht interessiert. Vielleicht deswegen, weil wir sie dort schon können. Also stellen Sie sich vor, so wie das hier gezeichnet ist, Sie haben außen ein Dielektrikum. Und hier im inneren Bereich, im Volumen 2, ein ideal leitendes Material. Dann würden Sie für das elektrostatische Problem in V2 die Lösung ja schon kennen. Da ist das Feld 0. Also müssen Sie es da auch nicht berechnen. Und somit ist das Grundproblem eben die Lösung des Volumens in V1. V1 nehmen wir als einfaches Dielektrikum an. Das heißt, hier ist einfach eine Delexitätskonstante Epsilon 1. Das kann Vakuum sein, muss aber eben nicht Vakuum sein. Die Rollen sind hier so gewählt, dass das V1 außen ist, dass V2 darin eingebettet ist. Das kann aber auch genau umgekehrt sein. Das spielt keine Rolle. Eine Rolle spielen wird natürlich die Oberfläche von V2, an der wir natürlich dann Randbedingungen haben, die dann eben eingehalten werden müssen. Dazu aber später mehr. Damit wir in V1 tatsächlich auch eine nicht-triviale Lösung haben, brauchen wir in V1 natürlich Quellen. Das sind hier jetzt einfach mal als Punktquellen eingezeichnet. Sie wissen, dass Sie das verallgemeinern können auf eine Ladungsträger-dichte Verteilung. Aber jetzt für das Weitere ist es erstmal vollkommen ausreichend und auch einfach, das als Punktladungen QI an den Orten RI' zu schreiben. Wenn wir dieses Problem so haben, dann werden diese Ladungsträger natürlich auf der Oberfläche von V2 eine Oberflächenladung influenzieren. Das heißt, wir haben dann ein Rho-F auf der Oberfläche, das ungleich Null ist. Wir gehen weiterhin zunächst mal davon aus, dass dieser Leiter geerdet ist. Das heißt, wir erzwingen einen Potenzialwert gleich Null auf der Oberfläche dieses Volumens. Wir haben also direkletische Randbedingungen, V gleich Null auf der Oberfläche. Das ist unser reales Problem. Und wir wissen auch schon, dass wir Methoden kennengelernt haben, wie wir eben dieses Randwertproblem lösen können. Und eine Methode ist eben die Spiegel- oder Bildladungsmethode, Bildladungsmethode, um die es jetzt eben speziell geht. In der Spiegelungsmethode oder Bildladungsmethode ersetzen wir dieses ursprüngliche, das reale Problem durch ein Ersatzproblem. Und das Ersatzproblem sieht so aus, dass wir zwar nach wie vor von Volumen 1 und Volumen 2 reden und damit natürlich auch die Oberfläche des Volumens nach wie vor definiert ist. Aber wir ersetzen den Leiter jetzt durch das gleiche Material wie den Außenraum. Das heißt, auch hier im Inneren haben wir jetzt ein Epsilon gleich Epsilon 1. Wir haben auch nach wie vor die Ladungen im Volumen 1. Die verändern wir nicht. Wenn wir die verändern würden, dann wäre sofort klar, zum Beispiel aus dem Gauschen Gesetz, dass wir dann auch die Lösung im Außenraum verändern würden. Also wir können hier die Ladungen nicht anders, keine anderen Ladungen an anderen Orten, und wir können auch keine zusätzlichen Ladungen hier in den Außenraum, in das Volumen V1 packen. Dann wäre sofort klar, dass wir eine andere Lösung haben. Das dürfen wir nicht. Was aber funktioniert, und darum geht es ja bei der Spiegelungsmethode, dass man Ersatzladungen im Volumen 2 platziert. Das sind diese QI Stern an den Orten RI Stern. Und warum Ersatzladungen? Naja, die Ersatzladungen ersetzen die influenzierte Oberflächenladungsdichte, weil die kann es ja nicht mehr geben. Das ist jetzt das gleiche Material. Da kann es an der Oberfläche keine influenzierten Oberflächenladungen geben. Das ist ja gar kein Leiter mehr. Und somit ist das Rho F gleich 0 auf der Oberfläche. Und die Ersatzladungen haben jetzt also die Aufgabe, einzig und allein die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Randbedingungen nach wie vor erfüllt sind. Weil wir wissen, wenn wir die Ladungen hier im Außenraum nicht verändern und es irgendwie hinbekommen, dass unsere, in dem Fall, Direkt-Catchen-Randbedingungen für alle Punkte auf der Oberfläche der Berandung eingehalten sind, dann wissen wir aus der Existenz- und Eindeutigkeitsüberlegungen, die wir bereits gemacht haben, dass wir dann hier im Außenraum auch die richtige Lösung haben. Also Ersatzladungen dienen dazu, die Randbedingungen, in dem Fall eben F gleich 0, zu erzeugen, die ursprünglich eben dadurch hervorgerufen worden sind, dass ich hier ein Metall hatte, das geerdet war. Gut. Und die Frage ist, wie wir jetzt eben die Ersatzladungen und deren Positionen finden. Und dafür definieren wir zunächst mal Abbildungen. Und zwar zunächst mal eine Abbildung für die Quellpunkte. Also Quellpunkte sind hier die R I Strich. Diese Abbildung für die Quellpunkte, die nennen wir T und die führt natürlich vom R 3 in den R 3. Dergestalt, dass eben jeder Quellpunkt auf einen Punkt, jeder Quellpunkt R Strich, auf einen Punkt R Stern abgebildet wird. Das sind diese hier dann. Und dieses R Stern ist dann eben T von R Strich. Und wir nehmen an, dass diese Funktion stetig differenzierbar ist. Die Bildladungen, die sollen dann aber in V2 liegen. Das hatte ich schon gesagt. Wir dürfen nicht Bildladungen hier außen erzeugen, weil damit würden wir sofort die Lösung in V1 natürlich verändern. Und das wollen wir ja nicht. Also, das heißt, der Bildraum der Abbildung T, also T von V1, muss eine Teilmenge von V2 sein. Also, der Außenraum wird durch diese Abbildung in den Innenraum abgebildet. Außerdem wollen wir verlangen, dass die Oberfläche auf sich selber abgebildet wird. Das heißt, T von R ist R für R Element der Oberfläche von V2. Das führen wir zunächst mal so ein. Ob sich das bewährt, das werden wir dann später erst sehen. Wir brauchen noch eine zweite Funktion. Das ist nämlich die Funktion, die uns die Ladungen skaliert. Es ist nicht gesagt, dass der Betrag der Ladung hier draußen gleich dem Betrag der Ladung hier drinnen entspricht. Das können im Allgemeinen unterschiedliche Ladungsmengen sein, Ladungsgrößen sein. Und dafür führen wir eine weitere Funktion Lambda ein, die also als Quellbereich das Volumen 1 vereinigt mit der Oberfläche von V2 hat und die auf die Menge der reellen Zahlen abbildet. Diese Funktion soll auch stetig differenzierbar sein. Und die Abbildungsvorschrift ist dann eben das R' abgebildet auf ein Lambda von R'. Außerdem wollen wir, dass wenn eine Ladung zufälligerweise auf der Oberfläche liegt, dass sie dann nicht skaliert wird. Das heißt, Lambda von R' ist 1, wenn R' auf der Oberfläche des Volumens liegt. Und insgesamt bedeutet das dann eben, dass wir eine Abbildung haben, die uns die Ladungen und deren Orte transformiert auf Bildladungen und Bildorte eben mit dieser Vorschrift, dass die Bildladungen gleich Minus Lambda mal die ursprünglichen Ladungen sind. Das Minus ist eine reine Konvention. Und das R'I Stern, die Bildorte, sind eben die Transformationen der ursprünglichen Orte. Soweit zunächst mal eine formale Definition dieser beiden Abbildungen. Wie gesagt, es wird sich noch zeigen, ob, und natürlich darf ich auch schon verraten, es wird sich zeigen, dass diese Definitionen in dieser Form sinnvoll sind. Wenn wir jetzt das Ersatzproblem betrachten, da hatte ich ja gerade schon gesagt, wir ersetzen das Metall, den idealen Leiter, durch ein identisches Material, wie eben in V2 ist. Das heißt, überall ist dann das gleiche Material. Und damit kann ich das Ersatzproblem natürlich mit Hilfe der grinschen Funktion des Freiraums lösen, weil das ist ja jetzt ein durchgängiges, homogenes Medium. Ich habe für das Ersatzproblem überhaupt kein Randwertproblem mehr, sondern ich habe ein Problem ohne Ränder. Und deshalb kann ich natürlich auch die grinsche Funktion des Freiraums dafür nehmen. Aufpassen, hier steht nicht Epsilon 0, sondern hier steht Epsilon 1, weil wir das verallgemeinert haben. Das muss nicht unbedingt Vakuum sein, sondern das kann ein ganz normales, lineares, isotropes, homogenes Dielektrikum mit der Dielektrikitätskonstante Epsilon 1 sein. Und mithilfe dieser Grins-Funktion kann ich jetzt ganz normal, wie wir das immer gemacht haben, die Lösung im Prinzip direkt hinschreiben. Ich muss nur aufpassen, dass die Lösung, die ich auf diese Weise hinschreibe, nur im V1 die richtige Lösung ist. In V2 ist die richtige Lösung des Ursprungsproblems ja, das elektrische Feld ist 0 und das Potenzial ist auch 0 in dem Fall. Und ich werde, wenn ich jetzt die Freiraum- Screens-Funktion nehme, in V2 natürlich ein ganz anderes Potenzial herausbekommen. Das ist mir aber egal, weil da kenne ich die Lösung ja schon. Entscheidend ist, dass ich auf diese Art und Weise in V1 das richtige Potenzial bekomme. Und nochmal, das ist doch das richtige Potenzial, weil ich dort die Ladungen nicht verändert habe und weil ich durch die Ersatzladungen an den Ersatzorten, die ich noch nicht kenne, sicherstelle, dass ich die Randwerte auf dem Rand einhalte. Und das reicht. Die Quellen nicht verändern im Lösungsgebiet und irgendwie die Randwerte einhalten. Das reicht, um dann nach Existenz und Eindeutigkeit zu sagen, das ist die richtige Lösung in V1. Somit können wir also die Lösung für das Potenzial jetzt sofort hinschreiben. In dem Fall, wir haben ja Punktladungen angenommen, sind das einfach Summen über die Punktladungen einerseits, also über die Originalladungen. Die werden multipliziert mit der Greens-Funktion bezogen auf den Beobachtungspunkt R und den Quellpunkt R I'. Und dann kommt natürlich noch ein entsprechender Term dazu für die Bildladungen Q I Sternchen. Da ist der Beobachtungspunkt natürlich der identische. Dort will ich das ja rausbekommen. Das ist das R von hier. Aber die Quellpunkte sind eben andere. Und jetzt kann ich die Transformation natürlich einfach einsetzen. Also die Q I Sternchen, das ist ja minus Lambda von R I Strich mal Q I. Und die Orte, das ist einfach T angewendet auf R I Strich. Und ich habe gerade gestockt, weil hier fehlt offensichtlich etwas. Also was passiert im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt ist ganz einfach das Q I ausgeklammert worden. Und was hier fehlt, das T ist hier nicht mitgeschrieben worden. Also bitte das beachten. Das T steht hier natürlich nach wie vor. Sonst macht das keinen Sinn. Aber man kann das Q I jetzt eben nach vorne ziehen. Und das, was hier in den Klammern steht, das werden wir gleich noch betrachten. Vorher schauen wir uns aber noch an, was an der Oberfläche gilt. Also wenn der Beobachtungspunkt auf der Oberfläche ist, dann muss natürlich das Potenzial gleich Null sein. Und außerdem schreiben wir auch nochmal hin, was wir schon wissen, auf der vier Punkte auf der Oberfläche gilt aber auch, dass Lambda von R gleich 1 ist und T von R gleich 1 ist. Aufpassen, Lambda von R ist nicht das Lambda, was hier steht. Hier steht Lambda von R I Strich und T von R ist eben auch nicht das T von R I Strich, das hier steht. Da werden wir aber gleich noch zukommen. Diese Bedingungen hier sind aber wichtig, müssen eingehalten werden und die führen uns zu Bedingungen für die Green-Schiff-Funktion. Also schauen wir uns das erst nochmal an. Hier ist es nochmal hingeschrieben, jetzt auch mit dem T. Also hier ist es wieder richtig. Das ist der Ausdruck, den wir schon hatten und auf der Oberfläche muss das Potenzial verschwinden. Schreiben wir das mal für die Oberfläche hin. Das wäre ja dieser Ausdruck, der jetzt gleich Null sein muss. Das ist zunächst mal einfach der gleiche Ausdruck, der muss Null sein, aber eben nur, wenn R auf der Oberfläche von V2 liegt. Ja, und was ist denn inreichend dafür? Wir wollen jetzt gar nicht beantworten, wie kann das insgesamt, wie können Lambda und T insgesamt aussehen, damit das verschwindet. Aber wir können einen Fall angeben, bei dem das auf jeden Fall gewährleistet ist. Nämlich, das ist gewährleistet in dem Fall, wenn wir dieses Lambda-RI-G-R-T-RI-Strich, also das, was hier steht, wenn das gleich wäre mit Lambda von R G von T von R und dann RI-Strich, also die Transformation hier nach vorne gezogen und dafür bei Lambda auch die Quellpunkte durch die Beobachtungspunkte ersetzt. Wenn diese auf den ersten Blick etwas merkwürdige Eigenschaft, wenn die erfüllt wäre, dann könnten wir ja jetzt ausnutzen, dass für Lambda von R gilt, dass das 1 ist und dass T von R gleich R ist auf dem Rand und dann sieht man, dass dieser Term hier hinten dann gerade das wäre, was hier auch steht. Das heißt, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann steht hier G-R-R-I-Strich minus G-R-R-I-Strich und dann ist diese eckige Klammer auf jeden Fall 0 und damit ist dann natürlich auch die komplette Summe gleich 0. Also, das ist eine hinreichende Bedingung. Nämlich dann gilt, hier ist es nochmal hingeschrieben, dass das hier gleich, dieser Faktor hier gleich 1 ist, das hier ist dann die Transformation und damit ist das genau wieder die Green-Schiff-Funktion, die hier auch schon steht und die zieht man dann einfach voneinander ab und dann ist die Klammer auf jeden Fall 0. Diese Eigenschaft, die wir jetzt noch häufiger brauchen werden und die, wie gesagt, eine hinreichende Eigenschaft dafür ist, dass die Randbedingungen eingehalten werden, die bezeichnet man als das Umwälzen vom Quellpunkt zum Aufpunkt und das werden wir, wie gesagt, noch häufiger benutzen. Wenn das der Fall ist, dann können wir, hier ist das nochmal hingeschrieben, also wenn wir diese Eigenschaft haben, das ist das Umwälzen vom Quellpunkt zum Aufpunkt, dann können wir das natürlich sofort auch einsetzen und dann ist eben dieses Potenzial automatisch Lösung des ursprünglichen Problems. Egal, ob ich das dann so hinschreibe oder ob ich das so hinschreibe, also nicht umgewälzt und umgewälzt, das ist dann egal, das ist ja identisch, aber es ist dann sichergestellt, dass die Randbedingungen eingehalten werden und auf der anderen Seite habe ich im Außenraum in V1 ja die Ladungen nicht verändert und damit ist das die eindeutige Lösung für das Problem. Ja, und wenn Sie hier hinschauen, jetzt nimmt das ja wieder die Gestalt ein, dass hier im Prinzip immer nur steht, Summe über Ladungen mal eine Funktion und das ist ja im Prinzip Ladung mal Greens Funktion. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise auch die sogenannte problemangepasste Greens Funktion einführen. Die problemangepasste Greens Funktion ist genau die, die wir jetzt gefunden haben, also Funktion des Freiraums minus Lambda von R G von T von R R I Strich. Wenn wir das richtige Lambda haben und wenn wir das richtige T haben, dann wissen wir, dass wir mit dieser Greens Funktion das Problem lösen können, formal die Lösung hinschreiben können, indem hier dann einfach steht, Summe über I, Q, I mal die problemangepasste Greens Funktion. Das heißt, wenn wir das Lambda und das T gefunden haben, ist das Problem gelöst. In der problemangepassten Greens Funktion, die ist eben so modifiziert, dass die Randbedingungen automatisch erfüllt werden. Das heißt, ich kann dann das Problem so lösen, als wäre es ein Freiraumproblem. und das ist natürlich viel einfacher. Man transformiert also ein Randwertproblem zu einem Freiraumproblem und muss eben nur die richtige Greens Funktion finden. Und das ist eben tatsächlich dann auch das Problem, mit dem wir uns jetzt in den nächsten Beitragen beschäftigen werden. Das heißt, es geht dann um darum, wie wir in konkreten Fällen die Abbildung T und das Lambda finden können. Das werden wir aber wie gesagt im nächsten Beitrag dann machen. Wir werden da Beispiele kennenlernen, die Sie vorher auch schon rechnen konnten. Also wir werden die Spiegelung an der Ebene machen, wir werden die Spiegelung an der Kante machen, wir werden die Spiegelung an der Kugel machen und zusätzlich, wenn wir es später gut gebrauchen können, auch nochmal die Spiegelung einer Linienladung am Zylinder machen. Das sind die Beispiele, an denen wir das Ganze dann betrachten werden. und an denen wir einüben werden, wie finden wir denn jetzt das Lambda und die Transformation T. Gut, das soll dann auch genügen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer finden Sie auf der Webseite weitere Informationen und bis zum nächsten Mal dann alles Gute. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.